So, wieder. So, letzte Runde. Letzte Runde, letzte Runde. Guck mal, er hat ein Bein. Lass uns das mal starten, wenn es noch weniger sind. Wenn wir zu 15 sind. Wir brauchen zumindest 4 dafür. So, jetzt starten. Dann komm. Verdammt, jetzt sind wir wieder voll. Nö, wir sind nur 8. 3, 2, 1. Letzt Start. Jetzt sind wir 10. Jetzt sind wir voll. Ich versuche es nochmal zu starten, aber es wird abgebrochen. Ja, weil einer mal löftet oder weit tritt, deswegen. Das ist blöd. So, genau. So, jetzt. Aha. Schon wieder ein Poster. Download. Grün. Beide Grün sind jetzt gerade bei mir. Beide Grüns. Wenn ich jetzt sterbe. Es ist dunkelgrün. Dunkelgrün ist gleich bei mir. Macht denselben Task wie ich. So, jetzt bin ich weg. Upload. Upload to Head Motors. Bist du noch dabei? Ich bin noch da. Ich höre dich nicht. Wir reden auch zu viel dafür, dass wir nicht reden dürfen. Ja. Also, dann haben wir nichts zu wissen. Also, wenn du tot bist, darfst du nicht mehr reden. Das ist das Wichtige. Dann darfst du dein X verraten. Reden darfst du schon. Ja, das heißt, treten darfst du schon. Ich weiß. Noch damals bei meiner TTT Gruppe. Finde, Fier. Drei. Und dann. So. Hm. Oh, jetzt ist alles da hinten. Ähm. Dann machen wir mal an. Hier uns ein Task jetzt hier vorne. Ja, lauf mal auf den Gang. Fertig. Vorhin habe ich mal schon wieder dreimal Kabel. Hm, wo sind die Tasks? Ich glaube, hier unten bin ich fertig. Ja, muss halt die Karte mal öffnen, ne? Hm. Hey, Lars. Moin. Okay, Lars ist unschuldig. Ich habe gerade mal einen Task beendet. Ich werde so noch. Was heißt unschuldig? Auf Englisch. Innocent. Toll. Ähm. Ja, skip out. Ich, ich, und mein. Und nicht um mein Englisch, ey. Ja, war mal besser. Wahrscheinlich, weil du geschrieben hast, dass ich innocent bin. Haben alle gevotet für mich. Ja. Äh. Sorry. Es wäre mal schön, wenn sie auch, äh, sagen, wo so ein Körper finden. Ja, wen, wen wurden wir? Wir müssen mal, wir müssen mal mit Deutsch, mit Deutschen spielen. Wir müssen mal mit, also, wenn ich am Sonntag streame, muss ich ein paar Leute zusammenkriegen. So, zu fünften spielen. Genau. Ich frage mal rum auf den Sofern, wer am Sonntag Zeit hat. Du hast am Sonntag Zeit, dann würde ich schon mal. Vielleicht kriegen wir es dann hin. Ist es eine vernünftige Aufnahme. Na, komm. Oha, du wirst fliegen. Nee, wirst du nicht. Nee. Und so viele sich enthalten. Aber du wirkst schuldig. Jetzt musst du dich beweisen in der nächsten Runde. wir haben sogar einen Deutschen dabei. Jetzt musst du in der nächsten Runde, ja, ich bin Deutsch. Wir hatten da gerade noch weitere Deutschen dabei, habe ich gerade gesehen durch den Namen. Aha. Jetzt musst du dich beweisen, dass du nicht schuldig bist. Hier ist immer eine Task. In diesem Raum. In Elektrik sind immer zwei Tasks. Und immer. Immer. Das war auch der gefährlichste Raum. So, auf jeden Fall bin ich jetzt fertig. Mit meiner Task wieder. Grün ist bei mir. Hellgrün. Wäre nicht aus. Gelb. Gelb und Grün sind bei Elektrik drin. Da gerade jemand stirbt. Mhm. So, wo sind mehr Tasks? Wo sind die Tasks, die ich erledigen kann? Hier ist noch Tag. Hier ist eine Task. Sehr gut. Okay. Bestimmt zu viele Leute. Da kann ich hier gerade nichts machen. Hallo Lars. Vorsicht Blau. Das wäre jetzt unklug. Ist das nicht die Mücke? Nein, schade. Task complete. Ja. Ich schiehe jetzt. Gelb ist bei mir. Ja. Hier ist ein Task. Ich mache gerade hier Kabel. Gelb ist bei mir. Wenn ich sterbe, ist Gelb schuld. Ich bin in der Cafeteria am Emergency-Knopf. Ach, Mensch Leute, das ist so nicht mal lustig. Ich mache wieder Kabel. In der Cafeteria. Task complete. Ja, der Poster hält sich versteckt. Tja, wenn er die ganze Zeit nur das Licht ausmacht, bringt ihm das auch nichts. Wo sind jetzt noch Tasks? Ah, bei Mads Bay ist noch eine Task. Dort oben. Dann mache ich eine Task erledigt. Oh, Gäbe ist gestorben. Ich habe nach wie vor nichts gesehen. Dark Green sagt er. Okay. Dark Green. Und du sagst's. Und du kannst jetzt natürlich auch der Blaue sein, ne? Werden wir jetzt sehen. Aha. Okay. Elm-Grün besiegt. Nice. Sehr gut. Na dann. Ist doch ein gutes Ende. Ja, will auch sagen. Na dann. Glaub ich nach oben, das hat euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Neu seid. Ja, mal schon wollte ich das veröffentlichen. Äh, ja. Ein paar Jahren. Ein paar Jahren irgendwann. Ich habe momentan noch viel. Viel. Ich habe keinen Platz. Ja, vielleicht am Sonntag im Stream. Ich muss mal gucken, ob ich jemanden finde. Also, wenn ihr das jetzt seht, wahrscheinlich. Vielleicht jeden nächsten Sonntag wieder. Ja, mal schauen. War eine coole Anfangsrunde. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.